Jetzt ist es soweit. Er kommt aus einem fernen Weltall zur Erde. Vom Planeten Bauchrolle. Hier ist Stefan Chauné, der galaktisch-eigenartige. Stefan Chauné, wir haben dich schon sehnsüchtig erwartet. Herzlich willkommen zurück beim Supertalent. Ja, ich komme gerade vom Planeten Chauné eingeflogen. Sehr cool. Falls Sie nicht wissen, wer der Typ ist, Glück gehabt. Hier eine kleine Auswahl seines bisherigen Schaffens. Ich komme aus einer alten Galaxie und besuche die Erde. Ich versuche hier die Menschen kennenzulernen. Der goldene Wasser kommt mit Sicherheit dieses Mal. Weil ich dieses Mal wieder eine besondere Idee habe, die so überzeugend ist, dass man nur auf den goldenen Buzzer drücken kann. Die Frauen geben sich praktisch bei mir die Klinke in die Hand. Die eine kommt, die andere geht, kommt schon wieder die nächste. Das ist unglaublich, was ich für einen Schlag bei den Frauen habe. Ich würde mit Dieter Minigolf spielen, um zu sehen, ob er Ausdauer, Geduld und Geschicklichkeit beherrscht. Dann viel Glück. Viel Erfolg. ... This is made your time to ground control. I'm sorry. Oh, my God. Oh, no. Oh, my God. Aber schöne Schuhe. Die werden ich auch anziehen. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Wie der geht. Wie der geht. Wie der geht. Oh mein Gott, meine Fresse, oh mein Gott, du glaubst du nicht, dass es das war, Vicky, ich dachte schon Ich habe den Cut, dass es keine Ratschaulung gibt. Ich weiß nicht, dass es die Ratschaulung gibt. Wer ist das? Er ist? Das ist ja der. Ja, der ist ein B сообщ. Ja. Im Tacker? Ja. Ja. Da kommt ein Stück. Jaaaaah. Das war heute schon mal bei euch. Hier, Viktoria, für dich zum Genießen. Guckst du ruhig an? Danke. Okay. Aussehen! 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 Ja! 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 Okay, showtime! Wow! Ja! Work it! Work it! Ja! 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 Und er meint es wirklich ernst! Er meint es ernst! Er meint es ernst! Ja! Was denn? Hör auf! Ja! 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 Okay, dir fällt da gleich was aus... Hi! Alles klar? Ja! Wie geht's? Wie steht's? Bitte auf die Stirn! Ich muss mich vorstellen! Ja! Ich muss mich vorstellen! Du musst dich nicht vorstellen! Du bist eine Legende! Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet! Cool! Cool! Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet! Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet! Also! Jetzt hab ich alles gesehen! Endlich mal die richtigen Worte! Und hast du ne Freundin? Bist du in einer Beziehung? Natürlich! Natürlich! Verheiratet auch? Nein, verheiratet nicht! Aber... Und dann tanzt du für sie auch manchmal abends so vorm Bett gehen Bauchtanz? Da freut die sich! Ja, sie... Sie möchte das auch können, aber... Kann nicht! Den Bauch könnte sie schon... haben, aber... Die Muskeln! Die Muskeln, ja! Und dann brauchen sie noch Muskeln! Da hast du recht! Da warte ich auch schon länger drauf! Ist schwierig! Puh! Aber alle quatschen! Ihr müsst immer sagen, dass das scheiße sein war! Die Strapsen, die schämen sich, dass du da drin steckst! Das ist die Wahrheit! Wo ist mein? Wo ist mein? Was denn jetzt schon wieder? Das reicht nicht ganz! Nein, passen zu deinen Strapsen! Die Strapsen sind gut! Danke schön! Danke, dass die war war! Bis nächstes Jahr ein! Ach, hier hat der Stern! Nein, darfst du nicht nehmen! Warum nicht? Du hast es nicht verdient! Okay, nehmen die doch! Okay! Hey! Bis nächstes Jahr! Alles klar! Tschüss! Ich muss kurz nochmal anrufen! Hallo! Ich habe gewonnen! Ich komme nach Hause! Ich habe die 50.000 gewonnen! Ich habe die 50.000 gewonnen! Ich habe die 50.000 gewonnen!